hi leute herzlich willkommen zur nächsten folge zu meinem let's play vor spiel minecraft ja in der letzten folge hat ihr euch versprochen dass ich in dieser folge wiederum nichts bauen werde sondern erstmal eine höhlen tour zur abwechslung und ja genau sie in kohle holzstöcke jawoll 39 fackeln müssen erst bereiche egal das heißt die holz zumal raus das war vielleicht noch was wir wieder rennen passt aber noch eine fackel noch mal vier meine ich und ja auf los geht's los haben wir genügend dabei fünf brote werden nicht reichen wieder was zum essen drin drei karotten kartoffeln immer kartoffeln mit auch wenn die jetzt nicht so nahhaft sind ich könnte ja noch jedes weizenfeld noch schon abbauen jawohl elf stück geht zwölf bräuchte ich dann könnte mir vier brote machen egal die branche sowieso nicht werkpunkt 2 übrig hier immer weizen nicht schade egal egal ja da gehen wir zur höhle ich bin mal gespannt wie groß die ist wenn das eine größere höhle ist dann werde ich da zwei folgen machen wenn es eine kleinere ist dann ja eine folge oder so mal schauen okay hier ist irgendwo der höhleneingang gewesen kurz orientieren da also knapp das so wirklich sehr knapp hier sehr höhlen eingang oder sind krippe ich habe die vier war richtig dunkel kann ich ein bisschen ausleuchten zambel hey was geht ab schau mal hier mal rüber sackgasse nee hier geht's mal weiter okay doch sackgasse hier war irgendwo ein bisschen kohle 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 die nehme ich gleich mit denn kohle kann man immer gebraucher nicht nur für fackeln sondern auch zum handeln bei den dorfen wohnen noch mehr kohle kohle wahnsinn jawohl jetzt reicht es aber ein bisschen ups falsch weil das deck voll jawohl sehr schön so wieder schwert in die hand ist doch ganz schön dunkel das erste mal dass ich mit diesen schildern hülle war verarschen das war schon die hülle ja klar mega hey diese hülle werden nie vergessen ach das war eine höhlen tour wahnsinn schauen wir mal ich glaube da drüben war noch ein höhleneingang ups das ist ja der gleiche nee nicht der sondern irgendwo da hinten war noch einer in der letzten folge gesehen gehabt laufen wir über die bäume drüber da ein bisschen aussicht hier ist einer genau hier ist auch einer nehmen wir die mal da war kohle so viel kohle die eisenspitzsack ist gleich kaputt ich hätte genügend eisen dabei jawohl sehr schön beziehungsweise ich habe mir offscreen noch eine spitzsocke gemacht ja verarschen also mini hüllen gut dann gehen wir in diese hülle ok da geht es schon mal nach unten sehr gut da war doch gerade was oder nee es war da gar nichts aber es ist wirklich gar nichts so stark fünster da kasse ups waren diese höhlen sind richtig nervig wenn man eine richtige höhle finden also was sagen kilometer weit rein geht wie schon mal gefunden habe jetzt doch immer einen höhleneingang ich gehe mal in diese richtung da wird es irgendwo einen eingang geben höhen gibt es mittlerweile so viele und es wird nacht sehr schön da ist nichts muss ja bloß wieder irgendwie nach hause finden ok das auch nichts kann bloß um eine festung orientieren das finde ich schon irgendwie meh haa ist auch schön wow da kommt ein labervoll da oben runter also kein Wasserfall sondern ein labervoll was sind das für Bäume sind das sind das Fichten ne doch vielleicht wow mega hülle ne ich hätte vielleicht ein Bett mitnehmen sollen oder scharfe scharfe waren doch auch irgendwo ah diese ruhe jetzt geht es ja noch aber wenn sie erst mal nacht ist das ist ein scharf jawohl soll ich bekommen ein wolle noch mal eins da bleiben jawohl das war noch holz schnell 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 schlafen bevor irgendwelche monster kommen sehr schön im enttag wieder bisschen sortieren das ist erstmal alles drin aus müssten kommen wir dann auch immer noch hier ist so schön hier ist auch wieder schnee hier können wir so viele schöne sachen bauen bloß allein ist ein bisschen blöd dauert ein bisschen was ist da oben los oh jetzt habe ich angeschaut schnell weg schnell weg ouch schnell was esse boah shit komm her wenn es nicht da ist pui bin ich so gut im kämpfen gegen endermen da ist er da ist er hey der trollt mich boah echt schnell was esse so jetzt lassen sich mein herzen wieder auf hat er auch voll die endermen party da oben Ist klar, ist ja alles im Schatten von dieser fliegenden Insel. Wow. Wo ist er hin? Das Eis. Okay. Enderman, wo bist du? Da ist er. Nicht anschauen und jetzt. Da ist er. Da ist er. Jawohl. Was haben wir den Erdblock gekriegt? Den Grasblock sogar. Juhu. Aber keine Enderperle. Schade. Ärgerlich. Hätte ich gleich besser gebrauchen können als den Erdblock. Ja, als den Grasblock meine ich. Schau mal hier ein bisschen mehr rum in der Gegend. Das ist eine Höhle. Nee, aber hast ja. Oder geht's runter? Ah, geh mal rauf. Spür Schafe. Oh, nicht runterfallen. Wow. Auch schön. Richtig schön. Ich glaube, was essen. Auch vier Brote noch. Okay, hier soll ich glaube ich nicht runterfallen. Hm. Wir können da rüber gehen irgendwie. Oh, da wäre Kohle. Ui. Und Lava. Jede Menge Lava. Nehme die Kohle mal mit. Super. Nächste Spitzsocke. Jawohl. Jawohl. Läuft. Bauen wir da mal so einen Weg irgendwie darüber. Oh, ich höre Lava. Mal ein bisschen Licht. Ich höre Lava. Das mohe ich gar nicht. So, jetzt in diese Richtung. Dann müssen wir glaube ich da Trieb irgendwo rauskommen. Okay, nochmal Licht mache. Ich glaube, ich konnte Lava immer näher. Glaube ich zumindest. Den ganzen Stein schmeiße ich dann auch weg. Oh. Wo ist die Lava? Oh. Direkt hier? Wow. Cool. So, super. Jetzt bin ich hier. Und? Okay, super. Ich kann nicht gleich springen. Hm. Ich arbeite nicht mal darüber. Jetzt ist ein Wasser voll. So, jetzt in diese Richtung. Vielleicht in den Fockel reinsetzen. Dass sie ein bisschen heller wird. Okay, wo ist der Wasser voll? Ah, direkt unter mir. Sehr schön. Wo gehen wir dann hin? Ähm. Ja, vielleicht auch wieder zurück. Hm. Schauen wir mal, was da drüben so los ist. Jawohl. Das ist irgendwie da, wie am Berg drüber. Оч. Hup. Autsch. vier kühe am berg auch nicht schlecht schon mal diese richtung wieder richtung heimat vielleicht gibt es irgendwo noch hüllen das wärs ich muss bloß irgendwie hier drüber kommen über den berg erdblock habe ich auch dabei setzen wir einfach da hin jetzt die treppe komplett spieler kühl ach hier die auto können super wow schau schön aus viele blumen für die blumen diese blumen auf einen hoffen geht das nicht das war nicht das sowieso nicht die nicht den nicht den nicht den auch nicht und das lass ich mal drin im winter so viel blumen ich glaube wir noch zum floristen hinter diesem berg ist von mir die festung das höhle auch nicht ich habe angst jawohl ja in der perle jawohl da ist doch noch gelohnt das ist eine komische hülle da geht es noch weiter runter die hüllen frage mich ich habe gerade ein pferd gehört pferd pferde oh geil also keine länder bei egal pferde das andere höhle oder das wird so ein komischer weiher im berg drin so klar wieder was ist es muss glaube ich in diese richtung ganz schnell irgendwie auf den berg hoch das erste unter wasser kartoffeln essen natürlich macht sinn es wird über nacht ich hasse es bei nacht irgendwie rumzuschleichen so ein bisschen zu gefährlich besonders jetzt wo ich die diamant rüstung habe jeder könnte mir natürlich weniger passieren aber ich will es lieber nicht riskieren sagen wir es irgendwie über den berg kommen so ups irgendwie hochkommen jump and run ich will so viele blumen ok hier ist nicht hallo hallo jawoll wieder ein bisschen xp punkte bekommen und hinten müsste irgendwo die festung sein theoretisch jawoll das ist durf mhm egal ups hätte es nicht springen sollen ja dann haben wir in dieser folge wieder ein bisschen die gegend erkundet blumenwiesner pferde komische kleine höhlen klar so werde ich die folge glaube ich auch nennen komische kleine höhlen obwohl das seht ihr dann wenn sie die folge anschaut schon am anfang dass die folge komische kleine höhlen heißt ja irgendwie da hier geht es nicht lang ich will gerne noch mal eine höhlen tür machen aber hier in der nähe scheint es glaube ich nichts richtiges zu geben schwimmen erstmal rüber und dann esse ich was werden schwimmen irgendwas essen bisschen ungesund hepp 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 schwein jawohl hallo törfewohner wie geht's euch alles klar ok ein bisschen kohle genau jawohl sehr schön ja gut dann wir sagen was das für diese folge danke fürs zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder wenn es heißt let's play minecraft also macht es gut bis dann und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder